Das Wetter kommt den Bauarbeitern an der B229 zwischen Langenholdhausen und Wennkamp sehr gelegen. In der Zeit wird der Graben für die Verbreiterung ausgehoben und da ist jetzt die Erde schön trocken. Die Verbreiterung um 50 cm auf dann 6,50 m wird vom Ortsausgang rund 1,5 km in Richtung Wennkamp fortgeführt. Nachdem der Graben verfüllt, der Randstreifen und die Drainage verlegt wurden, wird die Straßendecke abgefräst und die Gesamtbreite neu asphaltiert. Bis Ende August soll die Baustelle abgeschlossen sein, wenn keine Probleme auftreten. Die gab es bereits. Ein Telefonkabel nach Wennkamp lag im Graben, doch niemand weiß, wo es demnächst verlegt werden soll. Bis zum Auffüllen des Grabens muss sich die Telekom entschieden haben.